Okay, jetzt sind wir. Ist okay für dich? Ich bin ja immer. Okay, mach da unten. Festdrucken, ganz festdrucken, fester, fester. Tiefhanden. Wenn ich sage das Wort Schlag, dann entspanse ich viel tiefer, viel tiefer jetzt. Wenn ich sage das Wort Schlag, loslassen, loslassen, loslassen. Tiefer, 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 tiefer. Und tiefer, je tiefer, du bist für dich immer besser, immer wohler, immer entspannter. Alles beruhigt sich. Tausendmal tiefer, zweitausendmal tiefer, dreitausendmal tiefer. Sehr gut. Ich werde jetzt langsam den Kopf wieder nach oben bringen und mit jedem Atem zu. Du bist wieder ganz da, du machst die Augen auf, du bist wieder ganz da. Wie war's? Schon? Okay. So, einmal gestehen.